Am Abend gestand Blake mir, dass es ihm noch nie gelungen war, jemanden zu heilen. Als ich ihn gerade gefragt hatte, wann und wo er die Gelegenheit dazu gehabt hätte, konnte er nicht mehr antworten. In meinem Nacken prickelte es warm und im nächsten Moment klopfte es bereits an meiner Tür. Ich sprang auf. Damon! Hurra! Blake tat so begeistert, dass er als Schauspieltalent gelten konnte. Ohne auf ihn zu achten, rannte ich zum Eingang. Hi! rief ich atemlos und mir wurde schwindelig, als ich Damon erblickte. Es erstaunte mich immer wieder, wie gut er aussah. Hilfst du heute beim Training? Damons Blick fiel auf meine verbundenen Finger und er nickte. Ja, wo ist Bilbo? Blake, verbesserte ich, erst im Wohnzimmer. Damon schloss die Tür hinter sich. Wegen deiner Hand. Als er mich am Morgen in der Schule danach gefragt hatte, war ich ihm ausgewichen, weil er von der Erklärung sicherlich nicht begeistert gewesen wäre. Und wenn er Blake umbrachte, nur weil ich so ungeschickt gewesen war, wäre niemandem von uns geholfen. Ich habe mich gestern Abend am Herd verbrannt. Schulterzuckend blickte ich auf die schwarzen Stiefelspitzen, die unter seiner Jeans hervorschauten. Das ist… Ich seufzte. Ziemlich schwach? Ja, wirklich schwach, Kat. Vielleicht solltest du dich für eine Weile vom Herd fernhalten. Er drängte sich an mir vorbei und ging ins Wohnzimmer. Ich trottete hinterher, weil ich wusste, dass ich ihn mit Blake keine Sekunde lang allein lassen konnte. Blake hob zur Begrüßung halbherzig die Hand. Wie nett, dass du wieder dazu stößt. Grinsend ließ sich Damon neben Blake aufs Sofa fallen und legte seinen Arm auf die Lehne hinter sich. Sein Sitznachbar musste sich bedrängt fühlen. Ich weiß, dass ihr mich vermisst habt. Aber jetzt ist alles wieder gut. Ich bin da. Ja, antwortete Blake und klang super aufrichtig. Wir begannen damit, Gegenstände zu bewegen. Damon sagte nicht viel, nicht einmal Wow oder Glückwunsch. Er beobachtete mich nur. Unaufhörlich. Gegenstände zu bewegen ist eigentlich nur ein billiger Trick. Blake hatte die Arme fest vor der Brust verschränkt. Wow. Damon legte den Kopf schief. Das merkst du erst jetzt? Blake ging nicht auf ihn ein. Die gute Neuigkeit ist, dass du es jetzt auf Kommando machen kannst. Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass du es kontrollieren kannst. Ich hoffe, dass es so ist, aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Mann, manchmal war Blake echt ein Stimmungstöter. Ich habe eine Idee, aber du musst mir komplett vertrauen. Wenn ich dich bitte, etwas zu tun, darfst du nicht mit tausend Fragen zurückfeuern. Er hielt inne und Damon sah ihn misstrauisch an. Wir wollen etwas ganz Unglaubliches sehen. Etwas Unglaubliches? Ich bewegte Gegenstände, ohne sie zu berühren. Das war meiner Meinung nach ziemlich unglaublich. Allerdings war da die Feuerpleite gewesen. Ich gebe mein Bestes. Dein Bestes ist nicht gut genug. Blake atmete laut aus. Okay, bleib hier. Ich sah Damon an, während Blake auf den Flur verschwand. Keine Ahnung, was er vorhat. Damon hob eine Braue. Ich tippe darauf, dass es mir nicht gefallen wird. Als könnte Blake irgendetwas tun, das Damon gefiel. Aber was dieser nicht wusste war, dass Blake nicht ein einziges Mal versucht hatte, sich an mich ranzumachen. Nicht, seit er mich an jenem Abend im Restaurant versucht hatte zu umarmen. Während wir warteten, hörte ich, wie in der Küche Schubladen aufgezogen wurden und es schepperte. Na super, noch mehr Glas, das ich zerstören konnte. Blake kehrte zurück und blieb im Türrahmen stehen. Eine Hand hielt er hinter dem Rücken. Bist du bereit? Klar. Er lächelte und holte aus. Licht wurde von Metall reflektiert. Ein Messer? Und dann flog das Fleischmesser auch schon direkt auf mich zu. Der Schrei blieb mir im Hals stecken. Panisch riss ich die Hand hoch. Das Messer hielt mitten in der Luft an. Nur wenige Zentimeter vor meiner Brust hatte es mit der Spitze nach vorne gerichtet, abrupt gestoppt und schwebte nun dort in der Luft. Blake klatschte. Ich wusste es. Fassungslos starrte ich ihn an, während mein Denkvermögen langsam zurückkehrte. Was zum Teufel, Blake? Dann geschahen mehrere Dinge gleichzeitig. Sobald ich mich nicht mehr konzentrierte, knallte das harmlos gewordene Messer auf den Boden. Blake klatschte noch immer. Ich stieß mehrere Flüche aus, die meiner Mutter Tränen in die Augen getrieben hätten, und Damon, der von dem, was Blake getan hatte, scheinbar kurzzeitig in einen Schockzustand versetzt worden war, rastete aus. Wie eine Rakete schoss er vom Sofa hoch und wechselte in seine wahre Erscheinungsform. Im nächsten Augenblick hatte er Blake bereits die Wand hochgestemmt. Er war umgeben von rötlich-weißem Licht, das das gesamte Wohnzimmer erhellte. Ich reckte den Hals und stammelte. Heiliger Strohsack! Hey, hey, rief Blake und ruderte wild mit den Armen. Komm runter! Katie war überhaupt nicht in Gefahr! Von Damon war keine Antwort zu hören. Jedenfalls konnte Blake sie nicht hören. Ich hingegen schon. Laut und klar. Es reicht. Ich bringe ihn um. Fenster begann zu vibrieren und Wände zu zittern. Der Flachbildschirm wackelte auf dem Fernsehtisch. Kleine Wolken aus Gipsstaub stoben durch die Luft. Damons flackerndes Licht verschlang Blake im Ganzen und für einen grausamen Moment glaubte ich wirklich, dass er ihn getötet hätte. Damon! kreischte ich und hastete um den Wohnzimmertisch. Hör auf! Ich nahm ein Knistern wahr, als wäre die Luft nach einem Blitzschlag elektrisch aufgeladen. Noch in seiner wahren Erscheinungsform wich Damon zurück und ließ von Blake ab. Dieser landete auf den Füßen und erhob sich schwankend. Ein flirrender Damon ging erneut auf ihn los, doch ich sprang dazwischen. Okay, ihr hört jetzt beide sofort auf. Blake zog sich das T-Shirt zurecht. Ich habe doch gar nichts gemacht. Du hast ein Messer nach mir geworfen, verdammt nochmal, fauchte ich. Das hätte ich nicht sagen sollen, denn schon hörte ich Damons Versprechen. Ich werde ihn zweiteilen. Aufhören! Ein Lichtarm streckte sich nach mir aus und Finger strichen mir über die Wange. Die Berührung war weich wie Seide und dauerte nur eine halbe Sekunde. Sie war so kurz, dass Blake sie wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen hatte. Anschließend erlosch sein Licht. Vor Wut zittern stand Damon wieder in menschlicher Form vor uns. Seine Augen funkelten weiß wie Eiskristalle. Was zur Hölle hast du dir dabei gedacht? Sie war nicht in Gefahr. Wenn ich auch nur einen Moment daran gezweifelt hätte, dass sie es kann, hätte ich das Messer nicht nach ihr geworfen. Die große Hand zur Faust geballt schob sich Damon an mir vorbei. Er konnte richtig gefährlich werden, ob als Mensch oder als Alien. Woher wolltest du das so genau wissen? Hundertprozentig sicher konntest du dir doch nicht sein. Mit großen, flehenden Augen sah Blake mich kopfschüttelnd an. Ich schwöre, dass du zu keiner Zeit in Gefahr warst, Katie. Wenn ich geglaubt hätte, dass du es nicht stoppen könntest, hätte ich es nicht geworfen. Wieder begann Damon zu fluchen und ich stellte mich ihm in den Weg. Wer tut so etwas? tobte Damon. Hitze strahlte von seinem Körper ab. Kiefer Sutherland hat es getan. In dem ursprünglichen Buffy-Film, antwortete Blake. Als ich ihn ungläubig ansah, verzog er das Gesicht zu einer Krimasse. Der lief vor ein paar Tagen im Fernsehen. Er hat ein Messer nach Buffy geworfen und die hat es aufgefangen. Das war Donald Sutherland, sein Vater, verbesserte Damon zu meiner Überraschung. Blake zuckte mit den Schultern. Ist doch dasselbe. Ich bin aber nicht Buffy, brüllte ich. Ein leichtes Grinsen erschien auf seinem Gesicht. Auf jeden Fall bist du hübscher. Das hätte er sich besser verkneifen sollen. Damon gab einen kehligen Laut von sich. Willst du unbedingt sterben? Du übertreibst es heute Abend echt. Ich meine es ernst. Die Grenze ist fast überschritten. Ich kann dich an die Mauer pressen, bis dir die Energie ausgeht. Kannst du dich ewig gegen mich wehren? Nein? Das glaube ich auch nicht. Blacks Kinn hob sich trotzig. Okay. Es tut mir leid. Aber wenn sie nicht in der Lage gewesen wäre, das Messer anzuhalten, hätte ich es gestoppt. Und du auch. Es ist doch nichts passiert. Ich merkte, wie sich Damons Wut ins Unermessliche steigerte und bezweifelte, dass ich ihn erneut würde aufhalten können, wenn er auf Blake losginge. Meine Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Ich glaube, für heute reicht es. Aber, Blake, ich glaube, es wäre wirklich besser, wenn du jetzt gehst, bat ich ihn eindringlich. Okay? Hey, ich glaube, du solltest jetzt gehen. Blake starrte an mir vorbei und schien zu verstehen, denn er nickte. Ist gut. Er bewegte sich in Richtung Tür, blieb dann aber stehen. Aber du hast das super gemacht, Katie. Ich weiß gar nicht, ob dir bewusst ist, was für eine fantastische Leistung das war. Ein tiefes Surren brachte den Boden zum Vibrieren und Blake machte, dass er davonkam. Erst als ich den Motor seines Geländewagens dröhnen hörte, entspannte ich mich. Nie wieder, schwor Damon leise. Nie und nimmer. Langsam drehte ich mich um. Immer noch leuchteten seine Augen wie Diamanten. Von nahem waren sie wunderschön, sonderbar, aber faszinierend. Er hätte dich umbringen können, Cat. Das kann ich nicht akzeptieren. Das werde ich nicht akzeptieren. Damon, er hat nicht versucht, mich umzubringen. Er sah mich unglaublich an. Bist du krank? Nein. Müde bückte ich mich und hob das riesige Serienmördermesser auf. Erst als ich es in der Hand hielt, wurde mir bewusst, dass ich dieses Messer aufgehalten hatte, während es auf meine Brust zugeflogen war. Ich musste schlucken und blickte zu Damon. Er mutzte noch immer. Ich will nicht, dass du je wieder mit ihm trainierst. Ich will nicht einmal, dass du in seiner Nähe bist. Bei dem Typen sind ein paar Schrauben locker. Das Erstarrenlassen war die Königsdisziplin. Blake und Damon hatten einhellig erklärt, dass man der Quelle nicht mehr Macht entziehen konnte, es sei denn, man verwendete sie als Waffe. Ich werde ihm mit seinem Messer die Visage zurechtrücken. Ich kann nicht... Damon, wisperte ich, glauben, dass er das getan hat. Unvermittelt schlang er die Arme um mich und zog mich an sich. Wie durch ein Wunder erstach ich ihn nicht. Mein Gott, das hätte übel enden können. Schockiert von dem plötzlichen Körperkontakt, dem er seit dem Abend, an dem er mir die Sandwiches gemacht hatte, ausgewichen war, rührte ich mich nicht vom Fleck. Sein ganzer Körper vibrierte und ich spürte das Zittern der Hand, die er mir in den Nacken gelegt hatte. Hör zu, anscheinend hast du doch eine gewisse Kontrolle. Ich kann dir helfen, weiter daran zu arbeiten, sagte er und legte das Kinn auf meinen Kopf. Mein Gott, seine Arme, sein Körper waren so warm und perfekt. Das darf nicht noch einmal passieren. Damon, meine Stimme war von seiner Brust gedämpft. Was ist? Er zog sich ein Stück zurück und senkte das Kinn. Es ist erstarrt. Er zog die Brauen zusammen. Hä? Ich habe das Messer erstarren lassen. Ich wandte mich aus seiner Umarmung und fuchtelte mit dem Ding herum. Ich habe es nicht nur angehalten, ich habe es erstarren lassen. Das Ding hing einfach in der Luft. Jetzt schien auch ihm klar zu werden, was das bedeutete. Heiliger. Ich lachte. Mein Gott, das ist ein Riesending, oder? Damon nickte. Das stimmt. Das war, das ist eine Meisterleistung. Ich war ganz aufgeregt. Wir können mit dem Training nicht aufhören. Kat. Es geht nicht. Ich verstehe schon. Ein Messer auf mich zu werfen, ist nicht okay. Und glaub mir, dass ich es nicht gerade toll fand. Aber es hat funktioniert. Es hat tatsächlich funktioniert. Wir kommen endlich voran. Welcher Teil von Er hätte dich umbringen können, ist so schwer verständlich. Damon entfernte sich von mir, was normalerweise bedeutete, dass er extrem verärgert war. Ich will nicht, dass du mit ihm trainierst. Nicht, wenn er dich in Lebensgefahr bringt. Er bringt mich nicht in Lebensgefahr. Wenn man von feuerfangenden Fingern und der Sache mit dem Messer absah, aber das Risiko war es wert gewesen. Wenn ich diese Fähigkeiten sicher würde kontrollieren und Damon und die damit schützen können, dann war ich mehr als nur ein Mensch oder ein mutierter Mensch, der kurz davor war, sie zu verraten. Wir können nicht aufhören, beharrte ich. Ich werde lernen, es zu kontrollieren und die Quelle zu nutzen, genau wie du und die. Ich kann euch helfen. Helfen? Wobei denn? Damon sah mich skeptisch an und begann zu lachen. Im Kampf gegen die Ahrung? Okay, so weit hatte ich noch nicht gedacht. Aber jetzt, da er es ansprach, warum nicht? Blake zufolge hatte ich das Potenzial, stärker als Damon zu werden. Ich verschränkte die Arme vor der Brust und klopfte mit der Messerspitze auf meine Muskeln. Ja, und was wäre, wenn ich genau das vorhätte? Er lachte abermals und ich hätte am liebsten nach ihm getreten. Du wirst mir nicht helfen, die Arum zu bekämpfen, Kätzchen. Warum nicht? Wenn ich meine Kräfte kontrollieren und dich damit unterstützen kann, warum nicht? Ich könnte sehr wohl kämpfen. Ich glaube, es gibt ziemlich gewichtige Argumente, die dagegen sprechen, schrie er. Scheinbar hatte er genug gelacht. Erstens, bist du ein Mensch. Nicht wirklich. Gereizt sah er mich an. Okay, du bist ein mutierter Mensch, aber noch immer ein Mensch und damit viel schwächer und verletzlicher als ein Luchs. Langsam atmete ich aus. Du weißt gar nicht, wie schwach und verletzlich ich sein werde, wenn ich voll austrainiert bin. Das ist mir egal. Zweitens geht dich der Kampf gegen die Arum nichts an. Ich werde es niemals zulassen. Damon, nur über meine Leiche. Verstehst du das? Du wirst niemals einem Arum nachjagen, auch wenn du die Welt aus den Angeln heben könntest. Ich versuchte, meinen Ärger zu unterdrücken. Wenn ich eins noch mehr hasste, als wenn Damon das Egel raushängen ließ, war es, wenn er mir vorschreiben wollte, was ich zu tun hatte. Ich bin nicht dein Besitz, Damon. Es geht hier nicht um Besitz, du Domenus. Domenus? Ich funkelte ihn wütend an. Ich würde mit solchen Bezeichnungen lieber vorsichtig sein, solange ich ein Messer in der Hand habe. Darauf ging er nicht ein. Drittens stimmt mit Blake irgendetwas nicht. Du kannst mir nicht erzählen, dass du es nicht auch siehst oder spürst. Oh, jetzt? Du weißt nichts über ihn. Nicht mehr, als dass er gern surft und bloggt. Super. Deine Argumente reichen mir nicht. Ich will nicht, dass du in Gefahr bist. Wie wäre es damit? Reicht dir das verdammt nochmal? Rief er und ich zuckte zusammen. Er wandte den Blick ab und atmete mehrmals tief durch. Bis jetzt war mir nie in den Sinn gekommen, dass das der wahre Grund hinter all seinem Handeln sein könnte. Plötzlich schwand jegliche Härte aus mir und meine Wut schmolz dahin wie eine Schneeflocke. Damon, du kannst mich nicht aufhalten, nur um mich zu schützen. Ruckartig drehte er seinen Kopf zu mir um. Ich muss dich beschützen. Er klang so dringlich, dass mir der Atem stockte und das Herz fast brach. Damon, ich fühle mich geschmeichelt, wirklich, aber es ist nicht deine Aufgabe, mich zu beschützen. Ich bin nicht die. Für mich bist du nicht auch noch verantwortlich. Verdammt richtig, du bist nicht die. Aber verantwortlich bin ich für dich. Ich habe dir diesen Mist eingehandelt und werde dich nicht noch tiefer mit hineinziehen. Mein Kopf drehte sich. Seine Gründe, weshalb ich aufhören sollte, mit Blake zu trainieren, waren berechtigt und doch so falsch. Ich musste ihm beweisen, dass ich keine Last war oder ständig bewacht werden musste. Wenn er das glaubte und sich meinetwegen immer wieder in Gefahr brachte, könnte es ihn selbst das Leben kosten oder dies. Ich höre nicht auf, verkündete ich. Damon starrte mich unglaublich an. Zählt es für dich eigentlich irgendetwas, dass ich dich vor dieser Gefahr schützen will? Dass ich so etwas Idiotisches wie die Idee, dich gegen die Aarum ins Feld ziehen zu lassen, nicht unterstützen werde? Ich zuckte zusammen. Autsch, das saß. Dir und deinen Leuten zu helfen ist idiotisch? Sein Kiefer zuckte. Ja, das ist es. Damon, wisperte ich. Ich verstehe, dass du dir Sorgen machst. Du verstehst es nicht. Genau da liegt das Problem. Er hielt inne und schien seinen Ärger hinunterzuschlucken, genau wie all den Sauerstoff, im Raum. Ich mach da nicht mit. Ich meine es ernst, Katie. Wenn du diese Entscheidung triffst, dann... Egal. Ich will es nicht jeden Tag mit mir herumtragen, wie die Sache mit Dawson. Ich werde den gleichen Fehler nicht noch einmal machen und es stillschweigend hinnehmen. Ich rang nach Luft. Bei dem Gedanken, dass er diese Schuld auf sich lud, wurde mir schwer ums Herz. Damon, wie sieht deine Entscheidung aus, Katie? Er sah mich eindringlich an. Sag's mir. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, wisperte ich und Tränen brannten mir in den Augen. Sah er es denn nicht? Zu trainieren verbesserte meine Chance nicht, wie Bethany und Dawson zu enden, auf mich selbst aufzupassen und ihm zu helfen, worauf er eines Tages angewiesen sein würde. Damon wich einen Schritt zurück, als wenn ich ihn geschlagen hätte. Das war die falsche Antwort. Seine Züge verhärteten sich, die Augen waren wie Eis. Die Kälte, die von ihm ausging, fuhr mir bis in die Knochen. Nie hatte er unnahbarer gewirkt. Mir reicht's. Am liebsten hätte ich am nächsten Tag die Schule geschwänzt, aber ich konnte mich nicht ewig verstecken. Überraschenderweise glänzte Damon in der Mathestunde durch Abwesenheit. Auch auf dem Gang war er nirgends zu sehen, genauso wenig wie vor den Schließfächern, als ich mittags meine Sachen holte. Er war einfach nicht gekommen. Sogar aus der Schule hatte ich ihn vertrieben. Hi, grüßte stattdessen Blake und schlenderte auf mich zu. Du siehst aber nicht viel besser aus. Während der Biostunde hatte ich den Kopf in meinem Buch vergraben. Seufzend schloss ich die Schließfachtür. Ja, ich fühle mich auch nicht besonders. Hast du Hunger? Als ich den Kopf schüttelte, zog er leicht an meinem Rucksack. Ich auch nicht. Ich weiß, wo wir hingehen können. Kein Essen, keine Leute. Das hörte sich gut an. Da mir bei dem Gedanken, Adam und Dee am Mittagstisch beim Knutschen zusehen zu müssen, nur noch schlechter wurde, ging ich mit. Der Ort, den Blake im Sinn hatte, war die leere Aula. Perfekt. Wir setzten uns nach hinten und legten die Füße auf die Sitze vor uns. Blake zog einen großen Apfel hervor. Hat sich Damon gestern Abend noch beruhigt? Ich stöhnte innerlich. Naja, nicht wirklich. Das habe ich befürchtet. Er biss in den Apfel. Aber du warst echt nicht in Gefahr. Wenn du es nicht hättest aufhalten können, hätte es einer von uns getan. Ich weiß. Ich rutschte tiefer in den Sitz und ließ den Kopf gegen die Lehne fallen. Er will bloß nicht, dass mir etwas geschieht. Allein das auszusprechen tat weh, denn ich wusste, dass alles, was er gestern Abend gesagt hatte, gut gemeint war, aber er musste mich endlich als ebenbürtig ansehen und nicht als ein schwaches, kleines Mädchen, das gerettet werden musste. Das ist löblich, Blake grinste um seinen Apfel herum. Du weißt, dass ich den Idioten nicht mag, aber man merkt, wie viel du ihm bedeutest. Und es tut mir leid, wenn es jetzt meinetwegen Schwierigkeiten zwischen euch gibt. Das ist nicht deine Schuld. Ich drückte sein Knie und war nicht sonderlich überrascht, als ich einen kleinen Stromstoß versetzt bekam. Alles wird gut. Blake nickte. Kann ich dich was fragen? Klar. Er biss noch einmal in seinen Apfel. War es Damon, der dich geheilt hat? Ich frage, weil es mir vielleicht hilft, deine Kräfte besser zu verstehen, wenn ich weiß, wer dich mutiert hat. Angst stieg in mir auf. Wie kommst du darauf, dass er es war? Blake sah mir direkt in die Augen. Es würde erklären, warum ihr euch so nahe steht. Bei meinem Kumpel Chris und mir war es genauso. Ich wusste fast immer, wenn er in der Nähe war. Nachdem er mich geheilt hatte, waren wir wie zwei Teile eines Ganzen. Es war eine starke Verbindung. Meine Heilung war so unerhört, dass nicht einmal eine Arum-Armee mich dazu hätte bringen können, Blakes Vermutung zu bestätigen. Gut zu wissen, aber es ist nicht so. Allerdings war ich neugierig geworden. Du sagst, ihr hättet euch nahe gestanden. Hast du dich, äh, zu ihm hingezogen gefühlt? Was? Er lachte. Nein. Wir waren wie Brüder. Aber die Verbindung, was auch immer damit uns geschieht, zwingt uns keine Gefühle auf. Wir stehen demjenigen, der uns geheilt hat, einfach nur nahe. Mehr als Familienmitgliedern. Aber nicht auf sexueller oder auch nur emotionaler Ebene. Bevor er die Tränen in meinen Augen sehen konnte, schloss ich sie schnell. Na toll. Ich war wirklich die größte Idiotin unter der Sonne. Die ganze Zeit hatte ich Damon die Alien-Verbindung um die Ohren gehauen. Dabei trieb ihn etwas ganz anderes an. Auch gut zu wissen. Meine eigene Stimme war mir fremd. Aber warum ist es eigentlich so wichtig, wer mich geheilt hat? Er sah mich an, als würde er bezweifeln, dass mein IQ überhaupt messbar war und aß seinen Apfel zu Ende, bevor er antwortete. Anscheinend hängt das Ausmaß der Fähigkeiten des mutierten Menschen davon ab, wie stark der Luchs war, der ihn geheilt hat. So habe ich Liz jedenfalls verstanden. Ihre Kraft, aber auch deren Grenzen, passten zu dem, der sie geheilt hat. Genau wie bei mir. Aha. Das erklärte, warum ich einen Satelliten abgeschossen hatte. Damons Ego würde durch die Decke gehen, wenn er das wüsste. Ich musste grinsen, doch gleichzeitig tat mir sofort wieder alles weh, wenn ich an ihn dachte. Deshalb hatte ich zuerst geglaubt, es wäre Damon gewesen. Aber seine Kräfte sind wirklich ziemlich gewaltig. Und ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber du hast bislang nicht wirklich etwas Außergewöhnliches getan. Na danke. Ich lachte, als ich sah, wie betreten er dreinschaute. Auf jeden Fall ist es jemand, mit dem du nie rechnen würdest. Aber mehr sage ich nicht, okay? Okay. Stirnrunzeln hielt er das Kerngehäuse des Apfels hoch. Du traust mir nicht, oder? Ich wollte ihm schon das Gegenteil versichern, überlegte es mir aber anders. Zumindest einer verdiente, dass ich ehrlich war. Nimm es mir nicht persönlich, aber ich habe das Gefühl, so wie die Dinge im Moment stehen, fällt es uns allen schwer, Vertrauen aufzubauen. Blake sah mich von der Seite an und lächelte. Sehr weise. Mich mit Messern bewerfen zu lassen, war alles andere als spaßig. Wahrscheinlich würde ich mich die nächsten zehn Jahre allein bei dem Anblick eines Messers in Langzeittherapie begeben müssen. Glücklicherweise hatte ich sie alle aufhalten können. Und da Damon sich zurückgezogen hatte, blieb auch Blake unversehrt. Am Ende der Woche ging er dazu über, mir Gegenstände an den Kopf zu werfen, die nicht tödlich waren, wie Kissen oder Bücher. Nachdem ich mehrere Stunden geübt hatte, hatte ich es endlich vollbracht, Fusseln im Mund zu vermeiden. Von Büchern hingegen ließ ich mich von Anfang an nicht treffen und kein einziges fiel auf den Boden. Das wäre mir frevelhaft vorgekommen. Offenbar hatte er das Pferd von hinten aufgezäumt, indem er mit Messern angefangen und mit Kissen geendet hatte. Aber ich verstand die Idee dahinter. Wozu ich in der Lage war, hatte auch damit zu tun, was ich dabei empfand. Angst zum Beispiel. Ich musste diese starken Emotionen abrufen und einsetzen können, auch wenn ich nicht dem Nervenzusammenbruch nahe war. Genauso, wie ich sie kontrollieren können musste, wenn ich kurz davor war, durchzudrehen. Stöhnt sammelte ich die Kissen vom Boden auf und nahm die Bücher vom Wohnzimmertisch, um sie wieder an ihren Platz zu bringen. Müde? fragte Blake und lehnte sich an die Wand. Ja, ich gähnte. Du weißt, dass die Looks müde werden, wenn sie ihre Kräfte anwenden? Blake griff nach dem letzten Buch, das sich noch nicht wieder an dem Platz befand, von dem er es genommen hatte, und legte es wieder auf den Fernsehtisch. Ja, und ich erinnere mich, dass du gesagt hast, wir würden schneller müde als sie. Im Prinzip sind wir wie die Looks. Sie verbrauchen Energie, um etwas zu tun, da sie dabei, wie gesagt, einen Teil von sich selbst aussenden. Bei uns ist es genauso, aber sie halten länger durch als wir. Ich weiß nicht, warum. Es hat etwas damit zu tun, dass wir nur zur Hälfte Alien-DNA haben. Auf jeden Fall müssen wir aufpassen, Katie. Je mehr Kräfte wir einsetzen, desto schwächer werden wir. Und desto schneller. Na toll, murmelte ich. Damon hätte dich also wirklich die ganze Nacht an die Wand halten können? Jepp. Er blieb neben mir stehen. Zucker hilft. Und ein Opal. Der Edelstein? Ich rieb mir den Nacken und ließ mich aufs Sofa fallen. Ja, aber nur eine ganz bestimmte, sehr seltene Sorte. Er setzte sich neben mich, so dicht, dass ich seinen Oberschenkel an meinem spürte. Ich rutschte ein Stück zur Seite. Was bewirkt er? Blake legte den Kopf an die Lehne und zuckte dann mit den Schultern. Anscheinend stärkte er unsere Kräfte. Vielleicht kann er sie sogar stabilisieren, so dass wir gar nicht müde werden wie die Lux. Diese Sache überzeugte mich nicht. Sie klang nach esoterischem Quatsch. Aber was wusste ich schon? Hast du so einen? Blake lachte. Nein, es ist schwer, an sie heranzukommen. Ich stopfte mir eins der geplagten Kissen unter den Kopf, kuschelte mich damit an die Sofalehne und schloss die Augen. Dann sind der Zucker und ich wohl auf uns selbst gestellt. Er antwortete erst nach einer Weile. Du hast dich aber echt gut geschlagen. Du lernst schnell. Ha, da hast du in der ersten Trainingswoche aber noch ganz anders geredet. Ich gähnte. Vielleicht ist alles gar nicht so schlimm. Ich lerne meine Fähigkeiten zu kontrollieren und dann wird alles wieder normal. Nichts wird wieder normal werden, Katie. Sobald du die Reichweite des Beta-Quarzes verlässt, werden die Arum dich finden. Die Sitzfläche des Sofas wurde unter mir hinuntergedrückt, aber ich war zu müde, um die Augen zu öffnen. Aber wenn du dich wirklich unter Kontrolle hast, wirst du auch in der Lage sein, dich zu verteidigen. Und genau das wollte ich. An Damons Seite stehen und mich nicht hinter ihm verkriechen. Du hast echt ein Talent dafür, mich aufzuheitern, weißt du das? Sorry. Die Sitzfläche unter mir bewegte sich wieder und ich spürte, wie Blake mir die Haare zurückstrich. Schlagartig öffneten sich meine Augen und ich sprang auf. Blake! Er setzte sich wieder gerade hin und legte die Hände auf die Oberschenkel. Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken. Ich wollte nur sicherstellen, dass alles in Ordnung ist. War das alles? Oder wollte er mehr? Oh Mann, was für eine vertrackte Situation. Im Moment ist alles echt ziemlich kompliziert. Das verstehe ich, antwortete er und lehnte sich zurück. Du magst ihn, oder? Ich drückte das Kissen an meine Brust und wusste nicht, was ich sagen sollte. Nicht lügen. Als ich die Stirn runzelte, lachte er. Du wirst immer rot, wenn du lügst. Ich weiß nicht, warum das immer alle behaupten. Meine Wangen sind doch kein Lügendetektor. Ich fummelte an einem losen Faden herum und mir war klar, dass wir endlich das Gespräch führen mussten, zumal wir zusammen arbeiteten. Es tut mir leid, aber im Moment… Katie, das ist okay. Er legte seine Hand auf meine und drückte sie, um mich zu beruhigen. Wirklich, ich mag dich. Daraus mache ich keinen Hehl. Aber bei dir kommt gerade viel zusammen. Einiges hat wahrscheinlich schon begonnen, bevor ich gekommen bin. Es ist also alles in Ordnung. Echt. Zum ersten Mal seit zwei Tagen war mein Lächeln echt. Danke, dass du so… Verständnisvoll bist. Blake stand abrupt vom Sofa auf und fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Naja, ich habe Zeit, um geduldig zu sein. Ich gehe nirgends hin. Ich saß im Unterricht und versuchte mich darauf zu konzentrieren, worüber Carissa und Lisa gerade redeten. Mir wurde abwechselnd heiß und kalt. Katie, du hängst in letzter Zeit viel mit Surferboy ab. Lisa hob eine Augenbraue. Wie wäre es mit ein paar Details? Ich sank auf meinem Stuhl immer tiefer. Da gibt's nichts zu erzählen. Wir hängen nur zusammen ab. Wir hängen nur zusammen ab, wiederholte Lisa verschlagen. Ist ein Euphemismus für Wir haben Sex. Carissa öffnete empört den Mund. Das glaube ich nicht. Wie man sieht, hattest du noch nicht viele Dates. Lisa lehnte sich auf ihrem Stuhl zurück und spielte mit einer Locke. Hier ist doch alles, was mit Jungs zu tun hat, gleich ein Euphemismus für Sex. Ich muss Carissa recht geben. Zusammen abhängen heißt nicht automatisch Sex haben. Wenn ich mich... Ein Prickeln im Nacken ließ mein Herz höher schlagen. Aus den Augenwinkeln sah ich Damon den Raum betreten, hielt den Blick aber stur auf Lisa gerichtet, als hinge mein Leben davon ab. Er schlenderte an mir vorbei und nahm hinter mir Platz. Ich umklammerte meinen Collegeblock und hoffte inständig, dass der Lehrer endlich käme. Ich spürte einen Stift im Rücken. Alles in mir geriet in Aufruhr. Langsam drehte ich mich um. Sein Gesichtsausdruck ließ keine Deutung zu. Wie ich sehe, bist du schwer beschäftigt, sagte er mit gesenkten Liedern. Das Nervige daran, direkt neben Damon zu wohnen war, dass er so gut wie alles mitbekam und deshalb auch genau wusste, dass ich nach wie vor mit Blake trainierte. Ja, kann man so sagen. Damon legte das Kinn in die Hände und rutschte mit den aufgestützten Ellbogen über den Tisch. Und was macht Bobo so? Blake, wisperte ich. Und du weißt genau, was wir machen. Du kannst gerne... Nein, danke. Er rückte ein wenig weiter vor und lachte leise, aber es klang vollkommen humorlos. Seine Augen schienen dunkler zu werden. Ich wünschte wirklich, du würdest noch einmal darüber nachdenken. Und ich wünschte, du würdest darüber nachdenken. Damon antwortete nicht. Er zog die Ellbogen zurück und verschränkte die Arme. Unser Gespräch war offensichtlich beendet. Ich wandte mich wieder nach vorn und fühlte mich hundeelend. Der Unterricht am Vormittag zog sich endlos hin. Lisa wartete vor dem Bioraum auf mich und hielt mich zurück. Darf ich mal was fragen? Unruhig schaute sie sich um. Ich seufzte. Klar. Sie zog mich zu einem leeren Schließfach. Was ist bei dir eigentlich los? Vor Halloween hast du Damon geküsst. Bist dann einmal mit Blake ausgegangen und dann nochmal. Aber Damon und du, ihr habt eindeutig auch was am Laufen. Ich verzog das Gesicht. Na toll. Es klingt, als wäre ich das letzte Flittchen. Jetzt verzog Lisa das Gesicht. Ich bin die Letzte, die irgendwen als Schlampe abstempeln würde. Glaub mir. Ich bin nur neugierig. Hast du alles unter Kontrolle? Einer der Gründe, warum ich Lisa mochte, war, dass sie nicht um den heißen Brei herumredete. Sie sprach aus, was sie dachte. Und deshalb war auch ich mit ihr offener als mit anderen. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Naja, doch. Ich bin nicht mit Blake zusammen. Und mit Damon auch nicht. Nicht? Seufzend lehnte ich mich gegen die kühle Metalltür. Es ist kompliziert. So kompliziert kann es gar nicht sein, erwiderte sie. Für welchen der beiden empfindest du mehr? Ich schloss die Augen und sprach es dann aus. Damon. Aha! Sie stieß mich mit der Hüfte an. Warte mal. Wieso ist es dann kompliziert? Damon steht doch total auf dich. Das kann jeder sehen, obwohl ihr euch ständig an die Gurgel geht. Und du magst ihn auch. Wo ist das Problem? Wie konnte ich ihr erklären, wie vertrackt alles war? Glaub mir, es ist wirklich kompliziert. Lisa runzelte die Stirn. Ich muss es dir wohl glauben. Da kommt Blake nämlich gerade. Sie entfernte sich so schnell, als wäre sie dabei erwischt worden, wie sie mir in den Ausschnitt starrte. In Bio geschah nichts Aufsehenerregendes. In der Schule benahm sich Blake unauffällig, als wären wir ganz normale Menschen. Und ich war ihm dankbar dafür. Hier konnte ich immerhin normal sein, so seltsam das auch klingen mochte. Mittags gab es kalte Lasagne mit eigenartig riechendem Salat. Lecker. Dennoch klatschte ich mir eine kleine Portion auf den Teller. Ich sehnte mich nach einem Erdbeersmoothie, bezweifelte aber, dass mir heute einer geliefert würde. Seit ich mit dem Training begonnen hatte, war Damon davon abgerückt, mir Leckereien mitzubringen. Ich vermisste das. Ich vermisste ihn. Dies und Adams Lippen klebten mal wieder aneinander, als ich mich an unseren Tisch setzte. Ich schaute zu Carissa und sie verdrehte die Augen, aber ich lächelte nur. Auch wenn mein Leben in dieser Hinsicht ziemlich erbärmlich war, war ich noch immer eine glühende Verfechterin der Liebe. Das Einzige, womit ich nicht klarkam, war meine Mutter mit Will knutschen zu sehen. Diesen Anblick hatte ich gestern genießen dürfen, bevor sie zur Arbeit gegangen war. Ich geht. Isst du deinen Salat noch? fragte Dee. Wie süß. Wenn's ums Essen geht, hörst du sofort auf mit dem Küssen. Ich lachte und schob ihr mein Tablett hin. Hi, Adam. Er wirkte erhitzt. Hi, Katie. Sorry, kleiner Appetitanreger. Dee grinste. Mir ist er vergangen, murmelte Carissa. Blake war nicht in die Kantine gekommen, Damon hingegen schon. Er saß bei Andrew und Ash. Ich konnte nicht anders, als ihn zu beobachten. Er blickte auf und grinste mich spöttisch an. In der Hand hielt er einen Smoothie. Mist, Kerl. Ich wandte mich Dee zu. Wie kannst du das Zeug nur essen? Die Ränder der Salatblätter sind schon ganz braun. Total eklig. Adam lachte. Dee ist alles. Genau wie du. Sie spießte eine Tomate auf die Gabel und hielt sie ihm hin. Magst du? Okay. Ich lehnte mich zurück. Wenn du ihn jetzt auch noch fütterst, muss ich mir leider einen neuen Tisch suchen. Da mache ich mit, pflichtete Carissa mir bei. Dee verdrehte die Augen, war aber einsichtig. Ich teile eben gern. Was ist falsch daran? Dann sah sie mich hoffnungsvoll an. Ich freue mich, dass du mit uns heute mal allein isst. Ich nickte unbehaglich und konzentrierte mich darauf, meine Lasagne zu zerlegen. Geschichte des Essen war mir ein Graus, wenn die Schichten nicht gerade aus Schokolade und Erdnussbutter bestanden. Irgendwann waren die Pause und der Nachmittagsunterricht endlich zu Ende und ich fuhr vor dem Training noch bei der Post vorbei. Als ich Werbung, Briefe und Päckchen auf den Rücksitz legte, erblickte ich am Rand des Parkplatzes einen der schwarzen Ford Expeditions, die am Feldrand auf uns gewartet hatten. Der Motor lief, als ob das Auto abrupt angehalten und verlassen worden wäre. Es könnte ein x-beliebiger Ford Expedition sein, versuchte ich mich zu beruhigen, als ich die Tür zuschlug. Dennoch lief mir ein kalter Schauer über den Rücken und ich bekam eine Gänsehaut. Vielleicht hatte ich mit dem ganzen Alien-Zauber auch einen sechsten Sinn entwickelt. Während ich zur Fahrerseite ging, ließ ich den schwarzen Wagen nicht aus den Augen. Dunkler Qualm quoll aus dem Auspuff und verpestete die Luft. Plötzlich wurde die Beifahrertür aufgestoßen und ich konnte zwei Leute erkennen. Brian Vaughn, der VM-Beamte mit der unheimlichen Lache, beugte sich über den Beifahrersitz hinweg und tastete nach der Tür. Mit zusammengepressten Lippen versuchte er wütend den Griff zu erreichen und drückte dabei mit dem Arm ein Mädchen in den Sitz. Anstatt so schnell wie möglich in mein Auto zu steigen und die Biege zu machen, kniff ich die Augen zusammen und sah mir das Mädchen genauer an. Dabei war es das Letzte, was ich gebrauchen konnte, wenn Vaughn mich beim Spionieren ertappte, aber... Ich kannte sie. Ich hatte ihr Gesicht auf dem Aushang des Foo-Land gesehen. Das braune Haar war streng aus dem blassen, elfengleichen Gesicht gekämmt und die Augen wirkten alles andere als fröhlich, als sie zur Seite schaute und zusah, wie Vaughn die Tür zuzog. Sie einschloss und mich ausschloss. Ihr Blick war leer. Aber es war sie. Bethany. Bethany, Dorsons Freundin, war am Leben. Und sie war beim VM. Es klang total krank. Und auf dem Heimweg überlegte ich mir tausend Gründe, warum es unmöglich war, dass sie es war. Aber ich war mir sicher. Ihr Gesicht hatte sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Bis Blake kam, lief ich unruhig im Haus auf und ab. Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen, wunderte er sich, als er mich sah. Ich glaube, das habe ich auch. Meine Hände ballten sich hilflos. Ich glaube, ich habe heute Bethany gesehen. Und zwar mit einem Typen vom VM. Blake runzelte die Stirn. Wer ist Bethany? Es fühlte sich falsch an, Blake die Geschichte zu erzählen. Aber ich musste mit jemandem darüber reden. Bethany war Dorsons Freundin. Und Dawson war Dees und Damons Bruder. Angeblich sind sie von einem Arum überfallen und getötet worden. Aber ihre Leichname wurden vom VM fortgeschafft, bevor Damon und Deesie noch einmal sehen konnten. Langsam verstand er. Mann, ich habe es schon immer eigenartig gefunden. Die Looks gibt es doch normalerweise immer nur im Dreierpack. Ich nickte. Aber wenn es wirklich sie war. Und da bin ich mir ziemlich sicher. Was hat es dann zu bedeuten? Blake saß auf der Lehne des Fernsehsessels und wirbelte die Fernbedienung wieder und wieder um die eigene Achse, ohne sie zu berühren. Wie nahe standen sich Dawson und Bethany? In dem Moment traf es mich wie ein Schlag. Plötzlich war alles glasklar. Die Wände schien mir entgegenzukippen, während die Panik ein Loch in meine Brust rammte. Oh mein Gott. Dawson hat Bethany geheilt. Davon gehen doch alle aus. Dass sie verletzt wurde und er sie geheilt hat. Dabei könnte er sie verändert, mutiert haben. Stimmt's? Blake nickte. Oh Mann. Und ich wette, Bethany ist ein Spitzname für Elizabeth und... Wie sah Liz aus? Das Mädchen, das dir vom VM erzählt hat. Sie hatte braunes Haar. Ein bisschen dunkler als deins. Ein eher spitzes Gesicht. Aber wirklich hübsch. Langsam passte alles zueinander. Das ist krank. Wie hat das VM von ihr erfahren? Dawson und sie sind kurz nach dem, was ihnen zugestoßen ist, verschwunden. Es sei denn... Es sei denn... Jemand, der den Verdacht hatte, dass Bethany geheilt worden war, hat es dem VM gesteckt. Während ich mein Haar zu einem unordentlichen Knoten zusammendrehte, hatte ich das Gefühl, in meinem Magen würde ein Sensenrad rotieren. Wer würde so etwas tun? Ein Luchs? Ich weiß es nicht. Ich würde es dem VM durchaus zutrauen, dass sie Looks haben, die für sie Augen und Ohren offen halten, sagte Blake und rieb sich die Stirn. Oh Mann, ist das abartig. Abartig reichte nicht aus, um zu beschreiben, was geschehen war. Denn wahrscheinlich hatte jemand, der dem Blacks nahe stand, sie auf übelste Weise betrogen. Zorn stieg in mir auf. Ich drehte mich um und in dem Moment blähten sich die Vorhänge auf, als wäre ein scharfer Luftzug in den Raum gefahren. Ein kleiner Zyklon aus Büchern und Zeitschriften wirbelte durchs Wohnzimmer. Wow, komm runter, Storm. Ich blinzelte und augenblicklich fiel der Wirbelsturm in sich zusammen. Seufzend hob ich die verstreuten Bücher und Zeitschriften auf. Der Puls dröhnte mir in den Ohren und meine Gedanken rasten. Wenn das VM Beth hat, was haben sie dann mit Dawson gemacht? Glaubst du, er ist noch am Leben? Hoffnung heimte in mir auf. Wenn Dawson noch lebte, wäre das... Es wäre, als wenn mein Vater noch lebte. Mein Leben wäre auf der Stelle wieder ein ganz anderes. Damon und Dees Leben wäre wieder ein anderes, ein besseres. Sie wären wieder eine Familie. Blake griff sanft nach meinem Arm und drehte mich zu sich. Ich weiß, was du denkst, Katie. Wie großartig es wäre, wenn er noch am Leben wäre. Aber das VM will nicht, Dawson. Sie wollten Bethany. Und sie tun alles, um mutierte Menschen in ihrer Gewalt zu bekommen. Wenn das VM seiner Familie gesagt hat, dass er tot ist. Aber du weißt nicht, ob sie die Wahrheit gesagt haben, widersprach ich. Warum sollten sie ihn am Leben lassen, Katie? Wenn es sich bei dem Mädchen wirklich um Liz, Beth handelt, dann haben sie, was sie wollen. Dawson wäre tot. Ich wollte es nicht glauben. Es bestand die Möglichkeit, dass er noch am Leben war. Und ich würde es nicht übers Herz bringen, Damon und Deed davon nicht zu erzählen. Doch Blake blieb beharrlich. Katie, er kann nicht mehr am Leben sein. Die sind total skrupellos. Er hielt mich fester. Hast du mich verstanden? Er schüttelte meinen Arm. Heftig. Ja. Überrascht davon, wie hartnäckig er war, hob ich das Kinn. Unsere Blicke trafen sich. Irgendetwas in seinen Augen war seltsam und ein wenig unheimlich. Es erinnerte mich daran, wie er lächelnd das Messer nach mir geworfen hatte. Mir lief ein eiskalter Schauer über den Rücken. Ja, ich habe verstanden. Wahrscheinlich war sie es gar nicht. Ich schluckte und zwang mich, freundlich zu bleiben. Könntest du bitte meinen Arm loslassen, Blake? Du tust mir weh. Er blinzelte und schien erst jetzt zu merken, wie fest er zugedrückt hatte. Während er losließ, lachte er hohl. Es tut mir leid. Ich will nur nicht, dass du dir Hoffnungen machst und dann enttäuscht wirst. Oder irgendeine verrückte Aktion startest. Nein, ich mache mir keine Hoffnungen. Ich rieb mir den Arm und trat einen Schritt zurück. Und was könnte ich schon tun? Damon und die würde ich nie davon erzählen, wenn ich nicht sicher wäre. Er lächelte erleichtert. Gut, dann lass uns mit dem Training beginnen. Ich nickte und damit war das Thema beendet. Ich hoffte, Blake würde es vergessen. Er gab mir die Aufgabe, Gegenstände erstarren zu lassen. Sobald er gegangen war, griff ich nach meinem Handy. Es war fast Mitternacht. Dennoch schrieb ich Damon. Kannst du rüberkommen? Ich wartete zehn Minuten, bevor ich ihm noch einmal schrieb. Es ist wichtig. Weitere zehn Minuten vergingen und ich fürchtete bereits, mich wie die hyperhysterische Freundin zu benehmen, die ihren Typen zutextete, bis er endlich antwortete. Zum Teufel mit ihm! Fluchend schickte ich ihm eine letzte Nachricht. Geht um Dawson. Keine Minute später spürte ich das warme Prickeln im Nacken. Mit Magengrummeln öffnete ich ihm die Tür. Damon. Ich riss die Augen auf und meine Worte erstarben. Offenbar hatte ich ihn geweckt, denn... Kein Hemd. Wieder einmal. Draußen waren es mindestens 30 Grad minus und er stand nur mit einer Flanell-Pyjama-Hose bekleidet vor mir. Ansonsten sah ich nichts als perfekte, nackte Haut, die sich über feste Muskeln spannte. Ich hatte nicht vergessen, wie er ohne Hemd aussah, aber meine Erinnerung war seinem Körper nicht gerecht geworden. Die Augen groß und leuchtend trat Damon ein. Was ist mit Dawson? Mit klopfendem Herzen schloss ich die Tür. Wäre es ein Fehler, ihm davon zu erzählen, was, wenn Dawson wirklich tot war? Dann hätte ich für Damon alles nur noch schlimmer gemacht. Vielleicht hätte ich auf Blake hören sollen. Cat, mahnte Damon ungeduldig. Sorry. Ich schob mich an ihm vorbei, peinlichst darauf bedacht, seine nackte Haut nicht zu berühren, und ging ins Wohnzimmer. Sofort stand er mit den Händen in den Hüften vor mir. Ich holte Tiefluft. Ich habe heute Bethany gesehen. Damon bewegte ruckartig den Kopf zur Seite und kniff die Augen zusammen, erst einmal und dann noch einmal. Was? Dawsons Freundin. Ich habe gehört, was du gesagt hast, unterbrach er mich und fuhr sich mit beiden Händen durch das zerzauste Haar. Kurz war ich von dem Muskelspiel in seinen Armen und Schultern abgelenkt. Reiß dich zusammen. Wie kannst du dir sicher sein, dass sie es war, Cat? Du hast sie doch noch nie gesehen. Ich kenne die Vermisstenanzeige. Ihr Gesicht ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Ich setzte mich und rieb mir die Knie. Sie war es. Heilige Scheiße. Damon ließ sich neben mich aufs Sofa fallen, die Hände zwischen seinen Knien. Wo hast du sie gesehen? Ihm war anzumerken, wie aufgewühlt er war und ich wollte nichts lieber, als ihn irgendwie zu beruhigen. Bei der Post, nach der Schule. Und du erzählst es mir erst jetzt? Bevor ich antworten konnte, fuhr er leise lachend fort. Weil du mit Bilbo Beutlin trainiert hast und warten musstest, bis er gegangen ist, um mit mir reden zu können? Ich umschloss meine Knie und nickte ruckartig. Ich hätte gleich zu Damon gehen sollen. Meine Erschütterungen angesichts dessen, was ich gesehen hatte, und das Training am Nachmittag waren nicht annähernd so wichtig gewesen und auch keine überzeugende Entschuldigung. Es tut mir leid, aber jetzt erzähle ich es dir ja. Er nickte kurz und starrte dann wieder auf den Weihnachtsbaum. Der Tag, an dem wir ihn aufgestellt hatten, schien ewig her zu sein. Ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Beth ist am Leben? Mit zusammengepressten Lippen nickte ich ebenfalls. Damon, ich habe sie zusammen mit Brian Vaughn gesehen. Sie ist beim VM. Sie haben am Straßenrand angehalten. Und als die Autotür geöffnet wurde, sah ich sie. Er hat die Tür wieder zugezogen und wirkte verärgert. Langsam drehte Damon den Kopf zu mir und unsere Blicke trafen sich. Die Minuten schienen sich endlos hinzuziehen. In seinen leuchtend grünen Augen tobten wild die Gefühle und färbten sie immer dunkler. Ich merkte genau, wann ihm bewusst wurde, worauf ich hinaus wollte. Den Moment, in dem seine Welt zusammenbrach, um sich dann in Sekundenschnelle wieder aufzubauen. untertitelung. Und dann gehen wir hin. Und dann gehen wir hin. Die mit dabei haben sich exclusiv, nach der Welt zusammenbrach haben. Wir sehen uns, Vielen Dank.